fliegende klinge 6042 naja wird schon noch deutlich besser gehen frau ist noch wann okay ich hätte eskortiert jetzt machen wir noch da schnell die dämonen die restlichen ich brauche noch sechs stück da helfe ich dir ein wenig wahrscheinlich hast du jetzt wieder keine hilfe gebraucht und gewollt aber naja da musst du jetzt damit leben so dann hätte ich das geben wir gleich ab und dann geht schon bald das pvp los ich freue mich also was ich freue mich total witzig und spannend und ach total gut da ist er quest sie müssen wir natürlich annehmen 19.000 erst so ein ist da war ich ein paar mal die rufquests machen müssen habe ich das gefühl was wo hänge ich denn jetzt was ist denn jetzt hallo also wie kann man da hängen brugstände dunkelheit annehmen flügel der dunkelheit zwiebelicht fledermäuse ach genau klar unter 20 stück was sonst nichts zu tun ok 21000 erst gar nicht mehr so viel gar nicht mehr so viel reicht vielleicht wenn ich die rufquests zweimal machen oder dreimal aber auch den bonus da noch drin muss ich mir dann unbedingt noch mal an kaufen schulde das wird teuer angelegenheit ja kommt kaputt die leute die leute die leute die leute das schenkt einfach so dinge wieder verschenkt was eigentlich der nächsten stufe die wie sieht das aus mittlerweile der wort oder früher mehr die leute die die truhe noch mal was zum abgeben damit glaube ich hätte ich jetzt auch alle wenn ich mich jetzt nicht täusche den 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 Ach, das ist wieder... Okay. Wieder so ein Zeug da. Ähm? Zack. Okay, drei von vier. Eine fällt noch. Was ist die letzte? Die zweite ist der Armee. Okay. Na? Wenn ein Ausgabe kommt. Und, komm Jetzt, was bist du von mir? Gut Jetzt muss ich noch den Trank trinken Und dann wäre ich zum Wehrwolf Oder hätte ich mir mal heilen sollen? Naja, was soll's So, und das war Nummer 1 Ach, nicht zu zweit Ist doch schlecht Weil da kann ich natürlich jetzt meine normalen Skills nicht benutzen Bin jetzt ja ein böser Behrwolf Fatz, 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 fatz Ich drück da einfach Tasten Da kann man bestimmt irgendwas Tolles auch machen Ich drück lieber einfach die Tasten Ach, das war jetzt schlecht Gut, 5 von 5 Dann nichts weh raus hier Kann ich das benutzen? Ah nicht Wir geben denen die 150 Also jetzt komme ich tatsächlich mit Knapp Stufe 23 nach Asi Das ist ja Hm Also die Quests hab ich jetzt hier abgeschlossen Das ist ja mehr Hm Ist ja gar nicht mal so gut Man könnte auch sagen Schlecht Also 23 wäre ich dann doch gern gewesen Astral Secret Zwielicht Gargolz Ach, da muss ich noch was machen Okay Hm Gut Was kriege ich denn hier Feines Nichts Interessantes So, und das ist jetzt die Instanz-Quests Ja, ich stehe Na, na Und der Ruf wird auch nicht ausreichen Verdammt Ach, Mann Ach, da gibt mir jetzt auch nicht tausend Aber das glaube ich nicht Naja, dann machen wir noch einmal Das ist schon in Ordnung Okay Eins, zwei, drei Quests für die Inni besetzt Aber da kommt ja noch dann die vierte hinzu Die ich jetzt vergessen hatte Wenn ich nehme Astral Secret Okay Das Astral Secret bekomme ich wo? Und dann machen wir noch einmal die Rufquests mit Wobei Zwei, vier Mal L Das reicht doch Ach so Ah ja, klar Okay Dann noch schnell das Astral Secret besorgen Und dann geht's nach Assi Und dann kann ich Das mache ich jetzt sofort Oder mache ich das? Na, mache ich nicht Mache ich nicht, weil ich bin der kleine Schisser Und ich habe keinen Bock Dass mir die ganzen XP flöten gehen Am Anfang Mit 23 22 Ja, Astral Secret Wo bist du? Da hast du dich also versteckt Kappt Und dann öffne ich die Mal Zack Und was erhalte ich? Eine verschlüsselte Schriftrolle Des größeren Maturres Brauch ich nicht Habe ich schon So Mal verscherpeln Beziehungsweise an die Gelder wieder schicken So funktioniert es ist halt ein wenig so ein Glücksspiel Und entweder da ist dann irgendwas drin Oder halt dann mehr so ein Wo man sagen würde Na ja Dafür hätte ich jetzt Geld mir auch sparen können So wie jetzt bei dem ich meine Wenn man es gar noch nicht hat Ist schon okay Ist schon nicht verkehrt Aber ich habe das halt schon Aber ich habe das halt schon Ja also wenn es in kritischen landet Dann wäre es gar nicht so schlecht mit 900 Okay Auch zurück abgeben Und dann Lege ich hier kurze Pause ein In der ich mal eruiere Ob ich jemanden hätte für die Inis Und ansonsten gehen wir nach ASE 22 Da habe ich ein Screenshot von meinem Kindkollegen gesehen mit 25 In der Stelle jetzt Tja Schlecht gelaufen 17 geschickt Gut Jetzt gehen wir nach Ruf Equip kaufen Da wird es mir jetzt meine kompletten Stats wieder verhauen Ich glaube das von hier war gar nicht so gut Zu wenig Glück und so Aber Mal gucken Ganz oben ist es Hoch droben auf dem Häuschen Und natürlich auch nochmal Einmal komplett drum Ja sag einmal Wie weit den Ach Du hast die verpflanzt Was denn jetzt los Wo sind die hin Bin ich schon dran vorbeigelaufen Ich habe es Bestände jetzt woanders Die waren doch früher irgendwo immer hier oben Hm Da unten sind es Das hätte mir mal jemand sagen können Ich bin ja dann Bestimmt mehrmals dran vorbeigelaufen Um nichts zu schneiden Klasse Habe ich wieder Klasse gemacht Naja was sonst Macht ja nix Du hast es auch gleich Okay Was brauche ich denn von dir Einmal den Zepter Dann bitte einmal das Schwert Genau Oder welche Axt Einhändige Axt Wäre auch mal cool Muss ich da mal gucken Das ist vielleicht doch Austausch Ähm Kaufe ich wie immer gleich zwei Kaufe ich auch gleich zwei Mal gucken wie das dann Rausgehen würde jetzt So Gewandtheit für zu wenig Aha Geschick Viel zu viel Das war klar Weil ich jetzt Wenn man die da mal auspacken Was gibt es mir dann Ein Umhang mit Gewandtheit Okay Aber jetzt immer noch verringert Das ist natürlich nichts Jetzt muss man den Madeleine nochmal umlegen Aufgewandtheit Sag mal da irgendwas mit Gewandtheit drauf Da Gewandtheit Das wäre auch ne Naja so ist doch in Ordnung 4,29 Okay Ja Okay Ich werde es mal ein wenig Madeleine Und mich erkundigen Bis gleich Und dann Ich werde es mal ein wenig Ich werde es mal ein wenig